Er scheiterte mit Kiel in der Relegation an Wolfsburg-Urheberrecht Getty Images Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verstärkt sich mit Marvin Duxch. Er war von St. Pauli an Holstein Kiel ausgeliehen und wurde dort Torschützenkönig. Der Wechsel von Torjäger Marvin Duxch vom FC St. Pauli zum Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ist perfekt. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Zuvor war bereits Einigkeit über einen Transfer erzielt worden, nun hat Duxch auch den obligatorischen Medizin-Check bestanden. In Düsseldorf erhält der 24-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2022. Duxch, der in der abgelaufenen Saison an Holstein Kiel ausgeliehen war und für die Stürche 18 Treffer erzielt hatte, war bester Torschütze der Zwei. Liga Untertitelung des ZDF für funk, 2017